High and low in between, acting out, make it seem, working on our body language, working on our body language Baby, now tell me exactly how you feel Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute wieder ein neues Full Day of Eating für euch. Das heißt, ich werde euch zeigen, was ich den ganzen Tag so esse, werde euch noch ein paar andere Einblicke geben, so aus meinem Tag, was ich so mache. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ich kann euch so ein paar Inspirationen geben und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich Mittag esse. Denn ich esse kein Frühstück, ich habe morgens einfach keinen Hunger und dann lohnt es sich nicht für mich zu frühstücken. So Leute, ich bin gerade am Arbeiten, beziehungsweise habe ich mir gerade schon Tee gemacht, den ich trinke. Leute, ihr glaubt es nicht, aber ich habe mich dazu überwunden, grünen Tee zu trinken. Ich haue da zwar so ein paar Flavstrops rein von meinem Protein in Vanille, aber ich trinke grünen Tee und das ist wirklich eine Überwindung für mich gewesen, weil ich den sonst gehasst habe. Also ich verbinde grünen Tee einfach so richtig mit Healthiness, auch wenn es einfach so ein normaler Tee ist, aber ich freue mich irgendwie, dass ich den jetzt trinken kann. Den gibt es erstmal bei mir und ich habe mir gerade Mittagessen bestellt und zwar bei Stadtsalat. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich Stadtsalat richtig cool finde. Da kann man sich so Salate und Bowls bestellen und ihr wisst vielleicht auch, dass ich ein Fan von Salaten und Bowls bin und mal gucken, wann die gleich ankommt. Die müsste jeden Moment da sein und dann können wir zusammen Mittagessen. So Leute, schaut mal, was gerade angekommen ist. Stadtsalat ist da, die liefern das nämlich mit dem Fahrrad, finde ich richtig cool. Und ich habe mir etwas bestellt, was ich schon super oft bestellt habe. Und zwar ist es jetzt keine Bowl, sondern ein Salat. Die kommen dann in so einer eckigen Verpackung. Und zwar habe ich mir den Chicken Supreme Salat bestellt. Der ist einfach mega, mega lecker. Und zwar haben wir hier Babyspinat, Salatmischung, Süßkartoffeln, Paprika, Hähnchen, Reis ist da drin, Bohnen sind da drin. Also mega, mega lecker. Dazu habe ich hier noch ein Chip Hortel Dressing. So, jetzt einfach ein bisschen von allem. Mh, ich liebe diesen Salat. Ich werde jetzt erst mal aufessen, mal gucken, ob ich mir da noch einen Nachtisch oder Snack hole. Und dann werde ich weiterarbeiten. Ich glaube, ich muss mir diesen Salat auch mal selber machen. So ihr Lieben, ich habe meinen Stadtsalat jetzt aufgegessen. Und es gibt direkt noch einen leckeren Nachtisch. Und zwar diesen Cookie von MyProtein. Ihr wisst ja, dass ich den liebe. Das ist die Sorte Choc Chip. Das ist eigentlich so ein normaler Cookie mit Schokoladenstückchen drin. Richtig lecker, in vegan. Und hat auch Protein. Und zwar hat der 283 Kilokalorien und 14 Gramm Protein. Ihr wisst ja, dass ihr mit meinem Code SuperSophia immer bei MyProtein sparen könnt. Und über meinen Link könnt ihr mich auch sehr gerne unterstützen. Falls ihr was bestellen und ausprobieren wollt. Und ja, ich schreibe euch alle Infos in die Infobox. Und wie gesagt, also diesen Cookie feiere ich richtig. Und deswegen gönne ich mir den jetzt auch. Der ist einfach richtig, richtig lecker. Und auch mega weich. Ich kann euch auch mal mein Snack-Video verlinken. Da habe ich nämlich fast alle MyProtein-Snacks getestet und bewertet. Auf jeden Fall der perfekte Nachtisch. So ihr Lieben, ich bin jetzt mit dem Arbeiten fertig. Und ich bin gerade bei Mandy. Hallo! Die dreht nämlich auch gerade ein What I Eat In The Day. Oder nee, einen Vlog drehst du, ne? Ja, es sind nur beides. Ich zeige trotzdem, was ich so esse. Ja, und es werden gerade fleißig Brownies gemacht. Die Lampe funktioniert nicht richtig. Und ich wollte jetzt noch eine Gemüsesuppe machen. Und zwar meine Lieblingsgemüsesuppe mit Hackfleischbällchen. Und deswegen habe ich die Sachen einfach mit hochgenommen. Denn Mandy und ich kochen die jetzt einfach bei ihr in der Wohnung zusammen. Die Gemüsesuppe brauchen wir einmal so einen Topf Suppengrün. Den gibt es sogar immer so vorgepackt in allen möglichen Läden. Ich habe meinen jetzt von Aldi. Da ist Sellerie drin, Gurke, Lauch, Petersilie. Ihr könnt aber zum Beispiel auch noch Kartoffeln hinzufügen. Oder wir sind cool, wenn ihr das mögt. Dann habe ich hier Gemüsebrühe und Hackfleisch. Ich habe jetzt so Hackfleisch gemischt, light genommen. Da könnt ihr aber das nehmen, was ihr am liebsten mögt. So, ich habe jetzt alles geschnitten und einfach mit so Wasser bedeckt. Also, dass da ein bisschen mehr Wasser drin ist, soll ja eine Suppe werden. Hier habe ich schon mal die Petersilie geschnitten. Die kommt da aber etwas später rein. Vielleicht kommt da noch Gemüsebrühe rein, wenn das kocht. Und jetzt können wir schon mal die Hackbällchen hier aus dem Hackfleisch formen. Da kommt jetzt vorher noch Salz und Pfeffer zu. Und jetzt tue ich da diese Fleischklößchen und die Petersilie rein. Die müssen nämlich nicht so lange, weil die auch ziemlich klein sind. Ich probiere das Ganze jetzt neu. Ja, wir haben jetzt nämlich die Suppe. Und du hast den ersten Testkandidaten. Ja. Die ist wahrscheinlich noch voll heiß. Ich finde es richtig perfekt für die Jahreszeit und es ist super gesund. Könnt ihr echt was zu Hause nachmachen? Ja, und vor allen Dingen richtig einfach. Mandy fand die Suppe auf jeden Fall auch lecker, wie ihr gesehen habt. Ich werde die jetzt zu Ende essen und dann gibt es gleich bestimmt noch einen Nachtisch oder einen Snack. Ich hoffe ja, dass ich die Brownies von Mandy probieren darf. So, Mandy hat hier auch gerade die Brownies fertig. Schaut euch das mal an. Es sieht so, so schön aus. Danke. Yummy. Leute, es gibt jetzt den leckeren Brownie von Mandy. Leider ist da Erdnussbutter drin. Das mag ich ja leider nicht so, aber trotzdem schmecken die gut. Und das Rezept findet ihr bei ihr. Ich verlinke euch das Video nochmal. Aber so eine coole Konsistenz. Weil wir jetzt noch Hunger bekommen haben, haben wir uns jetzt noch Sachen für Webs geholt. Aber man hätte natürlich auch einfach ein bisschen mehr Suppe essen können. Aber Webs sind schon echt, echt lecker. Und wir haben diese ganz großen Dürümfladen geholt. Die sind einfach größer als der Teller. Und da kommt ein bisschen Hähnchen drauf. Mozzarella Lai, Tomaten, Feta, Gemüse, Hackfleisch, Salat und auch noch ein bisschen von... Was ist das nochmal? Creme Fiene. So sieht jetzt mein Web hier aus. Beziehungsweise mein Dürüm. Ich habe einfach alles mögliche reingetan. So Gemüse, ganz viel Tomaten, weil ich die einfach liebe. Dann habe ich hier noch Feta drin, Mozzarella, Hähnchen, Hackfleisch. Und das werde ich jetzt zusammenrollen. So Leute, hier habe ich den großen Dürüm. Yummy. Mensch, sieht viel schöner aus. Du hast den richtig schön so oben aus. So sieht viel ordentlicher aus als... Aber du hast so viel... Oh nein, ist alles rausgefallen. So ihr Lieben, ich melde euch jetzt einen Tag später wieder, weil es so spät geworden ist. Aber ich habe abends anderthalb Dürüm-Reps gegessen. Das waren ja nicht so normale, die waren etwas größer. Und meine sind trotzdem so voll gewesen, dass die auseinandergefallen sind. Ja, aber ich mag diese Füllung einfach voll gerne. Und dann habe ich noch ein Brownie von Mandy gegessen. Und das war es auch schon, was ich an dem Tag gegessen habe. Es war also mal wieder nicht so richtig durchgeplant. Nächstes Mal gibt es dann ein veganes Full Day of Eating. Das habt ihr euch gewünscht. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal für mehr Videos von mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!